Gotthold Ephraim Lessing. Er gilt als der herausragendste Autor der deutschen Aufklärung und als erster moderner deutscher Schriftsteller. Aber wie begann seine Reise und wodurch entwickelte er sich weiter? Dies und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Alles begann im gemütlichen Kamens in Sachsen. Denn dort ist er am 22. Januar 1729 als drittes von sieben Kindern geboren. Die Familie Lessing hatte nicht viel zum Leben. Lessings Mutter war wie damals üblich nicht berufstätig und sein Vater war lediglich Pfarrer. Um seinen Söhn ihren Werdegang zu finanzieren, musste dieser ständig Schulden aufnehmen. Als der kleine Gotthold Ephraim Lessing dann im Schulalter war, wurde er die ersten Jahre von seinem Vater unterrichtet. Danach erhielt er Privatunterricht von Christlob Mylios, einem sehr gebildeten Mann. Lessing kam dann mit neun Jahren auf die Lateinschule Kamens. Nach drei Jahren auf dieser Schule wurde er dann auf die fürstliche Lateinschule St. Afra in Meißen geschickt, da die alte Schule seinen intellektuellen Fähigkeiten nicht entsprach. Hier wurde ihm unter anderem die neue deutsche Poesie nähergebracht. Aus den schulischen Beurteilungen Lessings lässt sich klar herausfiltern, dass er sehr fleißig war und eine sehr gute Auffassungsgabe besaß. In seiner Schulzeit auf dem St. Afra entwarf Lessing bereits erste Lieder und Gedichte. Doch zum wiederholten Male entsprach seine Situation nicht seinen intellektuellen Fähigkeiten. So durfte Lessing die Schule nach wiederholten Drängen vorzeitig abschließen. Nachdem er die Schule mit heraustragenden Leistungen abschloss, öffneten sich neue Wege für den noch jungen Lessing. Die blühende Handels- und Universitätsstadt Leipzig stellte hier große Außermöglichkeiten zur Verfügung. Dem Willen des Vaters entsprechend, immatrikulierte er sich dort jedoch im September 1746 für Theologie. Seine Begeisterung hielt sich jedoch in Grenzen, da er in der Zeit davor immer mehr Gefallen am Schreiben von Texten fand. Durch Freunde machte er dort auch erste Erfahrungen mit dem Theater. Während dieser Zeit entstand sein erstes bekannteres Werk, der junge Gelehrte. Wegen seiner Unzufriedenheit im Theologiestudium zog er nach Einverständnis der Eltern nach Wittenberg, um dort Medizin zu studieren. Nach einem kurzen Intermezzo an der Universität Wittenberg ging er nach Berlin. Die preußische Hauptstadt erlebte zu der Zeit einen geistig-kulturellen Aufbruch. Zeitungsverlage wurden gegründet und regelmäßige Zeitschriften publiziert. Lessing selber fiel das sehr in die Arme. Er lebte seine Leidenschaft aus und wurde zu einem gefragten Journalisten und Theaterautor. Bereits 1749 schrieb er die Dramen »Die Juden« und »Der Freigeist«. Außerdem entstanden zahlreiche Epigramme. Christian Friedrich Voss, Gründer der bekannten Voss-Zeitschrift, war ein Freund und Förderer Lessings zu der Zeit. Lessing schloss dort auch weitere Freundschaften, unter anderem die Freundschaft zu Moses Mendelssohn und zu dem Verleger Friedrich Nikolai. 1751 unterbrach Lessing seinen Aufenthalt in Berlin und beendete sein angefangenes Medizinstudium in Wittenberg. Außerdem stellte das Jahr 1752 ein konzentriertes und schaffenfrohes Jahr auf ihn dar. Er verfasste Übersetzungen, Gedichte, Rezensionen, theologische Schriften sowie weitere Epigramme. Danach ging Lessing zurück nach Leipzig. Dort arbeitete er als Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer. Außerdem begann er seine Bildungsreise durch Europa an der Seite von Johann Gottfried Winkler. Jedoch musste diese wegen des Siebenjährigen Krieges nach wenigen Monaten abgebrochen werden. In Folge dessen ging er zurück nach Berlin und es begann eine sehr produktive Zeit für ihn. Er verfasste etliche Schauspielfragmente und befasste sich mit Fabeln. 1759 kam es dann zu der Veröffentlichung von Briefen, die neueste Literatur betreffend. In diesen Briefen setzte Lessing sich kritisch bis polemisch mit etablierten Schriftstellen auseinander, was natürlich für Aufmerksamkeit sorgte. Lessing zählte hierbei unter anderem auf die Abgrenzung von dem poetischen Regelsystem des Leipziger Literaturprofessors Johann Christoph Gottschett. Eine Zeit lang arbeitete er dann als Sekretär. Er war sehr unzufrieden und publizierte nichts. In 1767 nahm Lessings künstlerische Karriere dann wieder Fahrt auf. Er wurde an das neu gegründete Hamburger Nationaltheater berufen, wo er wieder produktiv an seinen Werken arbeitete. Er verfasste neben der Arbeit an Dramenfragmenten das Werk Hamburgische Dramaturgie. Dieses beinhaltet eine Reihe von Essays, in denen er seine Theorie zum Theater darlegt. Außerdem stieg Lessing in das Druckerei- und Verlagsgeschäft mit Johann Christoph Bode ein. Das Projekt scheiterte jedoch und hinterließ Lessing einen großen Berg an Schulden. Mit diesem großen Berg an Schulden ging er nach Wolfenbüttel und war dort froh, dass er als Hofbibliothekar der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel arbeiten durfte. Am 13. März 1772 wurde Emilia Galotti uraufgeführt. Im Oktober 1776 heiratete Lessing Eva König. Gemeinsam bekamen sie 1777 einen Sohn mit dem Namen Traugott Lessing. Dieser starb direkt nach einem Tag. Zusätzlich starb seine Frau einige Tage darauf. Lessing war in Trauer und wurde krank. Trotzdem schrieb er in den folgenden Jahren das Drama Nathan der Weise. Ein Schlaganfall, zunehmende Blindheit und weitere Erkrankungen schwächten Lessing immer weiter. Am 15. Februar 1781 in Braunschweig starb er an Brustwassersucht. Augenzeuge Alexander David schrieb über Lessings Todesstunde, er ist gestorben, wie er gelebt hat. Als ein weiser, entschlossen, ruhig. Voll Besinnung bis zum letzten Augenblick. Nun zum Ende des Videos kommen wir noch zu der Frage, warum gilt Lessing als führender Kopf der Aufklärung? Der erste Grund ist, nach Lessing kommt jedem Menschen die Suche nach der Wahrheit zu. Statt der Übernahme des Wahrheitsbegriffes der lutherischen, orthodoxen Kirche oder der Werte der Elterngeneration. Der zweite Grund ist, statt Heldenverehrung und Verherrlichung tritt Lessing für die Kraft des Mitleids und der Empathie ein. Das ist eine Abkehr vom klassischen Drama. Der dritte Grund ist, Insbesondere Lessings bürgerliche Dramen wollen keine Antworten geben, sondern Fragen stellen, die zum Nachdenken und Selberdenken ermutigen. Beispielsweise Emilia Galotti. Der vierte Grund ist, Lessing kämpft zeitlebens gegen Antisemitismus in der Gesellschaft an und entlarvt dessen latente und offene Erscheinungsform. Dies erkennt man auch an zwei Werken von ihm. Das eine ist die Juden und das andere ist Nathan der Weise. Und nun der fünfte und letzte Grund. In seinem Spätwerk entwickelt Lessing Zukunfts- und Fortschrittsmodelle, die auf Vernunft und Toleranz bauen.